Ja, hey wir haben genug geprobt, doch jetzt wollen wir Fakten schaffen. Sind gerade im Studio, das heißt aufnehmen und ne Platte machen. Doch vorher mussten wir uns ne Platte machen, weil diese Produktion nicht billig ist wie bei McDonalds Apfeltaschen. Deshalb waren wir auf unsere Friends angewiesen, auf die Homies und die Yardies und die Fans die uns lieben. Ich sag mal Dankeschön und Big Up, dass ihr uns supported habt. War echt ein super Move, ähnlich wie beim Fußball der Doppelpass. Also kommt mal kurz mit, wir schauen mal kurz rein, wie es läuft mit der Produktion von der Platte von Albert Heijn. Hallöchen! Und wie läuft's? Ja, wir legen noch ein paar Gitarrenspuren für unsere neue Platte auf. Geil! Lisa, bei dir? Alles fein, wir sind gerade bei Mädels und Mädels und Mädels. Ja, das wird der Hammer-Song. Gehen! Okay Leute, dann freut euch auf die Platte. Wir sind auf jeden Fall hart am Arbeiten und seid euch sicher, eure Kohle ist gut angelegt. Dankeschön! Ja, 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 Untertitelung des ZDF, 2020